So, ich stehe hier auf dem Bahnhof von Kehl. Vorn hinten sieht man noch die Brücke. Da geht es über den Rhein und dann ist direkt Frankreich. Da war ich gestern Nacht zu einem Konzert, wenn man oben eintrifft, stehen erstmal hier die neuen Triebfahrzeuge der Deutschen Bahn. Gestern war ich auf Bahnzeichentour unterwegs bei der Badischen 4H, der 18-323 und der Tender Lokomotive 85007. Und in Freiburg ging dann das Wetter leider überhaupt nicht mehr. Regen und da war leider kein Filmen möglich. Ich bin jetzt hier kurz vor der Abreise. Es läuft, wie man hört, Babymetal. Und genau da war ich gestern Abend zum Konzert gewesen. Es war affengeil. Es war hammerhaft gewesen, die Mädels zu sehen. So, und gleich geht es in Intercity ab Karlsruhe wieder zurück an den Zeichentisch.